Der Streckmetall ist sehr schwer, verzinkt, ewig haltbar. Ging da ein paar hoch? Ja, weil es immer wieder Versuche gab, die Kränze überwenden an die Bündnisbeweg zu gehen. Es gab auch Abschnitte, wo keine Minensperre war, zum Beispiel Elbkranzabschnitt, 115 Kilometer, weil der Zahn stand auf dem Elbdeich oben drauf. Ferienbewegungsmittel, Musik und Untertitel mitmacht. Kuhl-Show-Anzeige Vorruhe Kuhl-Kuhl-Kuhl-Wauk Kuhl-Wauk Kuhl-Wauk Kuruf Untertitelung des ZDF, 2020